Hallo, mein Name ist Dana Jerezowati Wissen und ich bin Gründerin des Projekts Marionetta. Projekt Marionetta ist ein gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von behinderten Kindern und Kindern mit kombinierten Behinderungen. Unser Ziel ist, so viele finanzielle Mittel zu sammeln, um spezielle technische Hilfsmittel zu kaufen, die diesen Kindern helfen können. Zum diesen Zweck veranstalten wir den 2.2.2020 in Tophotel, Prag eine erste internationale Charity Hair Show. Und möchtet ihr auch dabei sein, dann kauft ihr bitte ein Ticket unter www.projektmarionetta.com und dort findet ihr auch alle Informationen zu dieser Veranstaltung und zu unserem Projekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017